Hallo zusammen, ich melde mich hier gerade von Key Corka, einer karibischen Insel vor der Küste von Belize und ich wollte mich bedanken persönlich, dass wir die Förderung gekriegt haben mit den Räumlichkeiten und den monetären Mitteln sowie auch noch mal ganz besonders an die Mitarbeiter und an alle Helfer, die uns immer unterstützt haben, uns gefördert haben, gepusht haben in den verschiedenen Lagen und in Dinge reingebracht haben, wie zum Beispiel die Sache mit Käfer. Ich bin sicher, dass wir nicht das wären, was wir heute sind, hätten wir diese Förderung nicht bekommen. Wir haben diesen Sprung gemacht und aufgrund der persönlichen Umstände haben wir ja jetzt vielleicht in ganz kurzer letzter Zeit das Büro nicht mehr so nutzen können, wie wir es gerne nutzen wollten, aber dennoch bleiben wir dran und wir werden ganz sicher in diesem Sommer an den Markt gehen.